Für mich der wichtigste Punkt beim Drehen ist, dass ich eigentlich immer versuche Pferde aus der Vorwärtsbewegung rauszudrehen, weil das Drehen definitiv einfach eine Vorwärtsbewegung ist, die zwar nachher durchaus statisch an einem Punkt stattfinden sollte, aber es ist und bleibt trotz alledem eine Vorwärtsbewegung. Deswegen halte ich wenig davon, gerade bei jüngeren Pferden, so wie wir jetzt hier eins haben, aus dem Anhalten anzudrehen, weil die Chance einfach, dass die anfangen nach hinten zu kreuzen, zu viel Rückwärtsdenken beim Drehen einfach sehr groß ist. Das heißt, ich fange an, biege mir mein Pferd ums innere Bein, wichtig ist mir dabei, dass der Rippenkasten des Pferdes nach außen geht, das Pferd sich wirklich ums innere Hinterbein biegen lässt und dann ist das Drehen eigentlich nichts anderes mehr als die logische Folge von einem extremen Lenken, das heißt, ich lenke mein Pferd immer mehr nach innen, bis es anfängt zu drehen, bis es anfängt über zu kreuzen, versuche die Form so ein bisschen zu halten, ist jetzt noch recht frisch, wir haben noch nicht viel gedreht, das ist auch nicht schlimm, sie dreht, ich reite wieder vorwärts raus, gehe wieder in dieselbe Richtung, arbeite wieder an der Biegung, an der Form, an der Nachgiebigkeit, hole mir das Pferd wieder ums innere Bein, achte darauf, dass mein inneres Bein am Pferd bleibt, das heißt, hier versuche ich wirklich darauf zu achten, dass der Rippenkasten außen bleibt, die Nase des Pferdes innen ist, die Hinterbeine in der Spur der Vorderbeine laufen und länge sie mit beiden Händen wieder dahin, wo ich sie haben möchte beim Drehen. Zur Not unterstütze ich weich mit dem äußeren Bein, Lass das Pferd weich drehen, übertreten und reiht wieder weich raus. Wichtig für mich beim Drehen ist, dass das Pferd Rhythmus findet, ich möchte nicht, dass die super schnell drehen am Anfang, sondern ich möchte einfach, dass die entspannt drehen, dass die wissen, worum es geht, wissen, was sie zu tun haben und dass sie Rhythmus und Takt finden. Wenn nur ein Pferd, das wirklich anfängt, sich wohlzufühlen beim Drehen, das im Takt dreht und einen Rhythmus hält, kann irgendwann auch mal wirklich schnell drehen. Wenn die zu schnell, zu viel Geschwindigkeit aufnehmen, werden sie hektisch, fangen an, sich Knoten in die Beine zu machen. Wichtig ist einfach nur, dass die Schritte gleich groß sind, dass die Pferde anfangen, sich fallen zu lassen und nicht so, wie sie jetzt hier gerade rauseiert. Hier hatten wir gerade so den typischen Punkt, dass ich einfach die Hüfte verloren habe beim Drehen, sie hat nach außen weg gedriftet. Deswegen nehme ich sie ein bisschen mehr auf, schiebe die Hüfte deutlicher nach innen, benutze mein rechtes Bein dazu, die Hüfte des Pferdes ein bisschen mehr in die Bewegungsrichtung reinzubringen, jetzt drängen sie dagegen, also versuchen wir das zu korrigieren und gehen aus dieser Position raus wieder ins Drehen. Halten sie drin, lenken einfach nur, versuchen Rhythmus zu finden, Gleichmaß. Und reiten sie wieder weich raus. Und dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Hand. Sorgen dafür, dass sie gleichmäßige Vorwärtsbewegungen haben im Schritt. Achten darauf, dass das Pferd weich an den Hilfen ist. Wir kommen langsam mit unserem äußeren Bein dazu, lenken sie weich rein, lassen dem Pferd Zeit, ins Drehen reinzukommen. Achten darauf, dass es Rhythmus findet und lassen sie ganz entspannt wieder rausgehen. Im Idealfall ist all das eine Geschichte, die relativ entspannt passiert und ohne übermäßigen Druck, sondern einfach nur ein lockeres Lenken der Vorderbeine um die Hinterbeine. Wenn sie gut gedreht hat, halten wir an, lassen sie danach wieder einen runden Schritt gehen, sorgen dafür, dass das Pferd sich entspannt und machen dasselbe wieder. Ich denke, der allerwichtigste Tipp bei der ganzen Geschichte auch, um das Pferd auf dem Turnier ruhig zu halten, ist der, dass man sich immer wieder vornimmt, einen Spin für sich selber und für das Pferd zu machen und drei für den Richter zu übernehmen. Das heißt, auch auf dem Turnier bei X, ich lasse mir Zeit, warte wirklich, bis das Pferd vernünftig ins Drehen reinkommt, bevor ich anfange, Gas zu geben. Wenn ich zu früh anfange, Gas zu geben, baue ich auf Dauer einen Stressfaktor in der Mitte auf, der völlig unnötig ist. Und wenn ich dem Pferd die Möglichkeit gebe, zuerst mal reinzukommen und dann Gas zu geben, sorge ich einfach dafür, dass die in der Mitte nie wirklich Stress haben und nie großartig darüber nachdenken, dass jetzt sofort irgendwas Superschnelles passiert. Das wäre so mein erster Quick-Tipp fürs Drehen gewesen.